In diesem Video lernen Sie, wie Sie eine smarte Jalousiensteuerung einrichten. Mit dem SOMFI-Motor J406WT und dem Schaltaktor RF-SRI-62B SLMT, der nicht nur für diesen Motortyp ideal ist, sondern auch für viele andere stromgesteuerte Motoren. Hier sehen Sie das Anschlussdiagramm für den SOMFI-Motor und den Schaltaktor. Das Gerät wird mit einem Gerät gekoppelt, das das Matter-Protokoll unterstützt, einem sogenannten Border-Router, wie Apple TV, HomePod, Samsung, Smart TV und vielen anderen, abhängig von dem Ökosystem, das Sie bevorzugen. Bevor Sie mit dem Kopplungsvorgang beginnen, muss das Gerät zurückgesetzt werden. Halten Sie die Taste am Gerät für 10 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige zu blinken beginnt. Dadurch wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, sodass es mit der App gekoppelt werden kann. Nach dem Zurücksetzen öffnen Sie die HomeKit-App und fügen Sie ein neues Gerät hinzu. Tippen Sie einfach auf Zubehör hinzufügen und scannen Sie den Code auf dem Schaltaktor. Sobald HomeKit das Gerät erkennt, folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen. Wählen Sie den Raum aus, in dem sich das Gerät befindet. Und vergeben Sie einen beliebigen Namen Ihrer Wahl. Sie können die Relaisausgänge als Ab- und Auf- beschriften, um die Richtung des SOMFI-Motors besser zu erkennen. Sobald der Schaltaktor erfolgreich hinzugefügt wurde, kann er sofort über HomeKit gesteuert werden. Sie können Automationen erstellen und ihn mit anderen Smart-Geräten in Ihrem Zuhause integrieren. Um die obere Position festzulegen, muss die Jalousie mindestens 15 cm unter dem gewünschten Punkt stehen. Drücken Sie gleichzeitig auf und ab und warten Sie mindestens 5 Sekunden. Die automatische Ab- und Auf-Bewegung zeigt den Einstellmodus an. Drücken und halten Sie auf, bis die gewünschte obere Position erreicht ist. Die Abwärtsbewegung speichert die obere Position. Um die untere Position festzulegen, muss die Jalousie mindestens 15 cm über dem gewünschten Punkt stehen. Drücken Sie gleichzeitig auf und ab und warten Sie mindestens 5 Sekunden. Die automatische Ab- und Auf-Bewegung startet den Einstellmodus. Drücken Sie die Ab-Taste, um die gewünschte untere Position zu erreichen. Die Aufwärtsbewegung speichert die untere Position. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen und die Jalousien merken sich ihre maximalen Bewegungsbereiche. Sie stoppen immer genau an der gewünschten Stelle. Wenn wir eine Steuertaste an die Klemmen S1 und S2 anschließen, erhalten wir eine einfache Möglichkeit, die Jalousien manuell zu steuern. Ein Druck auf die Taste startet die Jalousien und dank der voreingestellten oberen und unteren Positionen stoppen Sie sicher genau an der definierten Stelle. So können Benutzer ein intuitives, zuverlässiges System genießen, das automatische Einstellungen mit manueller Steuerung, Sprachbefehlen, Fernbedienung oder Automation mit metakompatiblen mit den Geräten kombiniert.